Musik EY! Was machst du? EY! EY! EY JOO! Ey, was... EY! Alter, es ist vorbei. Wir haben kein Sprit mehr, man. Wir haben kein Sprit mehr, hier? Wir sind verloren. Erzähl, was ist denn los mit dir? Wir werden sterben! Wir werden sterben! Muss er hin? Lass ihn! Lass ihn! Oh, ey, Jungs, Jungs, Jungs! Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Ja, wir sind draußen, Mann. Es ist doch klar, dass das Licht um kann, außer ich muss hier auch kein Tunnel sein. Ey, es war ein schönes Leben mit euch, aber ich werde jetzt in Ruhe sterben. Was redest du da für ein Scheiß, Mann? Jetzt beruhig ich euch. Sag mal der Frau, dass ich sie liebe. Du hast keine Frau, Simon. Dann sag mal den Kindern, dass ich sie liebe. Du hast doch keine Kinder, Simon. Dann sag, Alberto ist ein Arschloch. Ich sag, Alberto... Warte mal, ich bin Alberto, Simon. Willst du dich gerade verarschen oder was? Oh, ja. Ach, egal. Ciao. Wir wollten eigentlich nur nach vorne kurz den Tank holen gehen, man kann doch nicht ganz ran fahren. Das sind fünf Minuten Fußweg. Dann worauf wartet ihr? Lass uns gehen, komm! Was? Komm, ich hab nicht ewig Zeit. Komm. Hallo, Rob. Oh, was? Als ob wir hier die ganze Zeit rumheulen. Komm. Komm. Als ob wir hier am Sterben liegen oder so. Alice? Dialog! Du天l! Du! atchem! Komm.